Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Mit ihrem überragenden Engagement garantieren Bayerns Feuerwehren die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Doch angesichts hoher Inflation befinden sich die Kommunen im Freistaat in einer angespannten finanziellen Situation und mit ihnen die Feuerwehren, die für Fahrzeuge und Hochbau immer mehr Geld hinklettern müssen. Wir Freien Wähler im Landtag haben dieses Problem rechtzeitig erkannt und konnten so bei unseren Koalitionspartner Druck machen mit Erfolg. Bereits seit 1. Juli verdoppelt der Freistaat die Festbeträge für den Bau von Feuerwehreusern. Außerdem erhöhen wir die Festbeträge für Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten um 30 Prozent. Dadurch werden jährlich mehr als 20 Millionen Euro zusätzlich an die Kommunen fließen. Oder ganz konkret, für den Neubau eines Feuerwehrhauses mit drei Stellplätzen erhält eure Heimatgemeinde künftig bis zu 391.000 Euro statt bisher knapp 196.000. Als Freie Wähler Landtagsfraktion setzen wir uns bereits seit Jahren für mehr Finanzspielräume der Feuerwehren ein. Deshalb sind wir sehr zufrieden, dass das Innenministerium unsere Forderungen nun endlich aufgreift und umsetzt. Denn so helfen wir Städten und Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben im Feuerwehrwesen und entlasten kommunale Haushalte zugunsten anderer Aufgaben. Ferner unterstützen wir Bayerns rund 320.000 überwiegend ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute bei ihren lebensrettenden Arbeit. Für sie tun wir mehr als jedes andere Bundesland. Das ist gut und richtig so, weil jeder in unseren Heimatschützer investierte Euro bestens angelegtes Geld ist. Dafür ein herzliches Dankeschön. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl Freie Wähler Landtagsfraktion